So, herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge South Park Stick of Truth. Und ich habe mir einfach mal aus, äh, hier, äh, ähm, Jimbo's Laden habe ich mir eine Gasmaske gekauft. Komm doch ran. Lass ihn erstmal bluten, weil dann kriegst du auf jeden Fall Dauerschaden. Was richtig gut ist. Aua, das tat weh. Er ging voll aufs Knie. Die Blutung verstärken wir nochmal ein bisschen. Dann sollte es auch sein. Und ich habe übrigens nachgeguckt, war das Billis Knüppel. Geil. Okay, ähm, was das, ähm, 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 es, äh, kann man nicht ausrüsten, soweit ich das verstanden habe. Oh, wir sind Level 4? Was, 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 was? Moment, dann ändern wir mal schnell was. Ja, Blutung. Sehr schön. Die Rakete der Verlangsamung. Mhm. Oha. 15 bis 21. 13 bis 18. 18 bis 26 mal 2. Ah, okay, da kann ich aber mal 3. Okay, der, der Buff ist aber geiler. Oh, du kannst aber nur eine Sache auswählen. Nee, dann. Dann lassen wir das so. Sehr schön. Kann man hier eigentlich noch was... Ich sehe so lustig aus. Ähm, nee, gut. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal rein. Dum, 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 dum. Müssen wir nur noch Token rekrutieren. Hier ist doch in der Pro noch was Könnt ihr mir nicht erzählen Ich seh da oben auch Okay, die Fernwärtswaffe mal ausprobieren Achso, das ist bloß ein Schneewald Sehr schön Jetzt haben wir alle rekrutiert, die wir rekrutieren können Jetzt können wir hier raus Ab zu Eric und Story und so Und überhaupt Wir stücken in Geld Geld Auf zu Eric Ich gucke wir alle noch mal was wir für Quests haben Wir haben den Schweinebärmann Ähm, da hab ich ein bisschen weiter gespielt Da müssen wir den Defibrillator erreichen Äh, Punkt für Defibrillator erreichen Äh, die Abdachlosen hab ich noch nicht gefunden Beim Team Express fielten wir noch eine Und die Kinder, ja Ist alles so Das sind nicht so direkte Quests Ansonsten hätte ich die gemacht Das sind die, die ergeben sich Well, Soldiers, reporting for duty, Grand Wizard Nice work, Dishbag Now all my men are here And ready to fight for the Wait a minute Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Uh, hey, yeah Where's Craig? He's in detention What? He flipped off the principal So he's in detention again Oh my god If they've locked away our thief in detention We have no hope of getting back to the stick of truth We have to break him out Ah, no way, man Last time we broke Craig out of detention We all got in trouble Getting into trouble is a risk The douchebag is willing to take You have to break out our thief, douchebag But don't worry, I will not let you go unprepared I'm going to teach you how to use magic Ha, 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 ha Diese Skyrim-Anspielung Diese Skyrim Respektiere meine Autorität But to truly succeed in combat You must learn to harness the power Of your farts Farting on an opponent At precisely the right time Is key to battle I shall show you how it's done But first You must take the gentleman's oath You must promise To never, ever Fart on anyone's farts Okay? Farting on an opponent is necessary But farting on someone's farts Is not cool Do you understand? Alright Then let's begin your training To conjure dragon shouts You must first clear your mind And take in a deep breath Through your butthole Like so Then let it rumble inside you And Dragon shouts I'll show you one more time Suck it in Let it rumble Dragon shouts Now you Ready Dragon shouts Find the frequency Hold Hold You don't need to hold it in dude You're not some chick at a party I'll show you one more time Suck it in Let it rumble Dragon shouts Now you Ready Dragon shouts Okay Those kids Find the frequency Hold 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 My god that was Incredible A man could live a hundred years And never again witness a spell So Boisterous Could it be that the prophecies are true Could it be that the dragon bone Is coming Now let us try your skill On a real opponent Hey Hey princess Kenny Could you come here Just real quick princess Kenny Sir douchebag wants to show you something Alright you two Spar Sir douchebag Show princess Kenny the magical powers I have taught you That was fucking hilarious Dude that was fucking awesome Oh okay good job sir douchebag That was sweet Thanks princess Kenny That's all for now Okay Okay but dude seriously remember Don't ever do that on someone's balls Okay seriously You have master dragon shouts From now on it will be easier for you Wunderbar Was auch immer mir das bringt Ich weiß es noch nicht Kenny will assist you on your quest douchebag Now go get crag while I rest and relax upon my throne Can't talk Need the practice Oh so viele neue quests So viele neue quests Ich werde erstmal jetzt handeln Erstmal den Kram verkaufen Weg damit Alles muss raus Alles muss raus Oh Oh Nö die behalte ich Kann ich die Gruppe jetzt nicht Sehr schön Ich würde gerne mal Butters bleiben Okay 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 Butters steht die Entschlossenheit des Neuen Und steht damit Hab her wie wieder her Das ist gut Mal die Stürme Okay Gut Kenny verzaubert die Kreaturen der Natur Mit ihrer Schönheit Und entsendet sie gegen deine Feinde Goil Kenny knutscht deine Feinde ab Und um sie völlig aus der Bahn zu werfen Das Ziel ist angewidert Lenk deine Feinde durch königliche Präsenz ab Nö Ich bleib bei Butters Das ist mir schon lieber Butters kann mich heilen Was wirklich wichtig ist Und er lenkt das Feuer auf sich Er ist halt der ideale Die ideale Boxbirne So welches Level sind wir vier Ähm Vielleicht irgendwas geiles Was wir aufsetzen können Was wir machen können Yeah boy Wir wollen hier nicht einfach Hipster machen Alles gut Abwehr erhöht zu beginnen Das ist schon geil Solange wir es nicht brauchen Solange ich mir nicht ein Hardcore Eigenkapital 300 Dollar Geil Solange sich das nicht ändert Okay Immer in die entgegensetzte Richtung Zu dem wo ich gucke Oh ja Jetzt hab ich ne Idee Maybe you should see a doctor Take cover Take cover Yeah you should check your mud Wunderbar Not that Not that Not that Okay Not that Was haben wir jetzt für Quests Ich hab mich leider absitzen lassen Ah ja stimmt Zur Schule Ja Wo ist das auf der Karte Die Schule Da okay War ich nicht irgendwo ein Schnellreiser Bei Cartman Genau Scheiße Es war nicht draußen Oder Egal Die Bushaltestelle Ist hier direkt um die Ecke Wenn ich jemals hier lang Ach da geht's gar nicht mehr Okay Wo ist die Schule Die Schule Da Da wollte ich aber hin Timmy Ach komm schon Spiel Komm mal Sehr schön Schöne Animation Da wollen wir mal ihm helfen Na Craig 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 This is detention Okay Stop looking at your watch Because you're here for three hours buddy Okay Whatever No don't think your friends are gonna come Bust you out this time Craig My name is Feltfar And I'm a level 6 thief And the humans will soon rescue me from this tower No your name is fucking Craig Tucker And you're in detention And start doing your homework Okay I've got all the doors sealed And I've got hallway monitors working overtime Nobody's gonna save your ass today Craig Okay Doch ich Aber erstmal That didn't count Machen wir die Kalf Weil ich Bock drauf hab Ich werd aber trotzdem erstmal hier mitarbeiten Sehr schön Du wirst verrecken Clown Ganz schön hart Ganz schön hart Ich werd aber diese 40 glaub ich nie benutzen Das bringt aber nix So ich hab schon So viel zu alle Eingänge sind verriegelt Alter Ich dachte ich müsste irgendwie durch den Hintereingang rein Excuse me but School is out And no students allowed on the premises until tomorrow at 7.30am Leck mich Leck mich So Du Gang auf Sicht Hä was willst du Hä was willst du Hier Bam Sag das immer Officer Down Officer Down Officer Down Send backup I repeat Officer Down All hallway monitors To the right hallway Oh god damn it Here they come They're gonna get you Craig You're not getting out of detention I'll be out of here in 10 minutes Careful douchebag This dungeon holds many secrets For centuries these halls Been unmonitored But then the evil overlord Mack He rose an army of gingers To protect his precious after school detention Now these minions lurken the halls terrorizing and suspending the innocent Intruder alert Initiate security protocol Shit more than See if there's a way to take them all out at once You're just making it harder on yourself Haha You're just making it harder on yourself Dover Keen Wir gehen erstmal hier rein Es sind viel zu viele Türen Die Musik ist irgendwie weg Okay Okay wir müssen dann senden Was zur Hölle Er hat eine Schere Na Spinner Wie schmeckt dir das? Na ich bin ja Fernkampf Ich bleib dabei Tut mir irgendwie leid Weil wir den ganz schön bearbeiten Okay wir haben ein neues Level ab Können wir damit irgendwas tolles machen? Ne 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 Fuck Trennt Rüstung und Schilde von deinem Ziel Und bewirkt Blut in seinem Fall Ich finde nicht mehr reich Das ist ja mal geil Ich weiß ja sogar wo er ist In Mackies Labor Die Frage ist wo der ist Dann gehen wir mal hier oben rein Dann gehen wir mal hier oben rein Es muss hier doch irgendwo weiter gehen Alter ich stelle mich grad wieder blöd an Wie der letzte Horst Leider kein Silberschlüssel Kein Silberschlüssel Ich bin Schlüssel der Gangaufsicht Ja Wie auch immer Goldschlüssel Okay damit hätte ich den Kampf einfacher machen können Okay damit hätte ich sie locken können glaube ich Und Okay hat nichts gebracht Ich verstehe von deinem Begleitern Halt ja eher wenn wir das Die Begleiter befehligen Hä L.T. Hey ich soll auf ihn zielen Auf das Begleitersymbol Hä Wo ist das Begleitersymbol Was zur Hölle Ich check's nicht Begleitersymbol Okay Leute ich mach hier einen Schnitt Ich mach das offscreen Und wir finden's gleich dann zusammen raus Bis dahin Ciao ciao